Ah, mein Panzer. Was sieht denn der für ein Gesicht? Verstand doch nur Spanisch, aber ich glaube, der hat Ranzenpfeifen. Sollen wir nicht mal den Chefarzt anrufen? Also gut. Hallo? Ja, Chefarzt, wir haben da ein riesiges Problem. Was ist los? Wir haben einen großen Vorfall voran zu pfeifen. Uuuuh. Ich mache mich sofort auf den Weg. Was ist passiert? Ich glaube, der Patient ist asystolisch. Gottes Willen, wir brauchen den Defi. Ein Päckchen Vanillezucker, sechs Tropfen Bittermandelaroma, los, los, los. Und zwei Esslöffel Kirschwasser. Schnell jetzt, auf die Gesundheit. Wir verlieren ihn. Wir brauchen den Defi. Gib mir 2000. Jetzt mach doch hin, das dauert mir zu lange. Nein, bei uns im Klinikum Hochrein lassen wir keinen im Regen stehen. Mann, Norman, mal so ganz nebenbei zwischendurch am Nachmittag das nächste Menschenleben gerettet. Irgendwie bin ich schon ein toller Typ, oder? Ja, Herr Chefarzt. Sie sind ein toller Herd. Ja, und da sagen die Leute immer, am Klinikum Hochrein würden sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Hm, 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 hm. Auch wenn manche denken, dass hier bei uns am Klinikum Hochrein der Fuchs begraben ist, haben wir doch viel mehr zu bieten als Schinkenschocks und Schwarzwälder Kirschkollaps. Modern, breit aufgestellt, dynamisch und am Puls der Zeit suchen wir genau dich, wenn du nicht nur Humor, sondern auch Spaß an der Medizin hast. Das war doch heute wieder ein toller Tag. Ja, wir haben richtig Leben gerettet. Richtig erfolgreich. Oh, wie kann man Ihnen helfen? Setzen Sie sich schon mal ins Auto. Auch wir beim DRK haben jede Menge Spaß, spannende Einsätze und jede Menge Fortbildungsmöglichkeiten. Und wir suchen genau dich für ein freiwilliges soziales Jahr, für eine Ausbildung oder für irgendwelche freien Stellen. Und wir suchen jetzt noch ein freiwilliges soziales Jahr, für eine Ausbildung oder für eine Ausbildung oder für eine Ausbildung oder für eine Ausbildung.